UNTERTITELUNG 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 Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Was war? Ich hab verschlafen. Okay. So, eine traurige Nachricht. Daher haben wir zurzeit keine Schulsozialarbeiterin. Weißt du, da hab ich keine Unterstützung jetzt. Die Schulpsychologin, die manche auch schon kennen, die werden wir auch nicht mehr lange haben. Die ist schwanger. Schau mal, ob es da Ersatz gibt. Jetzt doppelte Arbeit, ja? Das ist danach entschuldigt. Aber wichtig ist, dass sie ihre Motivation ist. Alle, das ist eine Gemeinschaft. Man kann nicht da die ganze Zeit jemanden ausschließen. Man kennt diese Seiten gar nicht von neu. Frieden ist am wichtigsten auf der Welt. Das ist die ukrainische Flagge. Es geht nur um Ukraine und Russland. Was ist mit Syrien los? Und ich bin mir sicher, ihr werdet alle was super tolles werden. Auch in Zukunft und viel schaffen. Eine gute Lehrerin ist schwer zu finden, hart zu verlassen und unmöglich zu vergessen. Dankeschön. Die Schule ist wunderbar. V battlefield. Am Anfang der Schule immer noch so gut Körpers Autoräne. Es ist ein wunderbar. Mit den Kapitalistischen Frischen.